Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem allerneuesten YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Und heute schauen wir uns, weil die letzte Reihe sehr gut ankam. Sieben PlayStation-Einspiele, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wertvoll sind, beziehungsweise die man nicht kennt, aber die trotzdem einen sehr, sehr guten Wert haben. Bevor wir jetzt da reingehen, ganz, ganz wichtig, Freunde, zwei Videos pro Tag. Ich hoffe, die Qualität passt. Wir haben wirklich auch viel investiert ins Equipment. Würde mich freuen über ein Feedback, über ein Abo, Like und einen Kommentar. Ja, und ganz wichtig zum Beginn, wenn ihr jetzt hier diese Preise seht von 69,99, 95,99. Diese Preise müssen natürlich erstmal erzielt werden. Freunde, wenn es jetzt angeboten wird, heißt es nicht, dass ihr diesen Preis auch hundertprozentig bekommt. Und auch in welcher Zeit, da gehen wir aber dann später ein. Wir haben ein Beispiel, das sehr, sehr teuer angeboten wird, aber wir gar keine Verkäufe haben. Aber dazu später mehr. Wir starten mal direkt rein mit dem ersten Game, nämlich Strider 2. Wird hier zweimal angeboten, einmal für 69,99, einmal für 95,99. Und da ist schon der erste Punkt, auf den ich wieder eingehen will. Viele denken sich jetzt, Digga, warum hier 70 und warum hier 95? Warum hat der mit 70 mehr Beobachter wie der mit 95? Grundsätzlich, es ist halt einfach so, der mit 70 hat keine Anleitung dabei und hier auch keine Original-Playstation-Hülle. Der hier hat eine Original-Playstation-Hülle und eine Anleitung dabei. Natürlich gibt es viele, die sagen, hey, ich will einfach nur das Spiel zocken, deswegen kaufe ich es mir hier für die 69. Aber da müsst ihr natürlich auch schauen. Ein Spiel kann zwischen 50 und 120 schwanken, nur vom Zustand her. Ist die Anleitung top? Ist das Frontcover top? Oder ist es hinten vielleicht mal irgendwie nass geworden und wälzt so ein bisschen? Ist die CD top? Oder wurde die mal geschliffen? Auch wenn sie geschliffen wurde, kann das für Sammler ein Kriterium sein, diese nicht zu kaufen. So ist es halt einfach. Deswegen auch unbedingt die Leute, die eine Schleifmaschine haben, gebt das auch unbedingt an. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Aber hier Strider 2 zwischen 70 und 95 wird es angeboten. Wenn wir uns jetzt hier die Verkäufe anschauen, sehen wir auch, es wurde schon mal für 111 per Auktion verkauft. Aber hier ein Neu-Sonstiges, das heißt, da wurde wahrscheinlich nur die Folie runtergerissen oder es wurde einmal aufgemacht und wurde dann halt für 111 Euro verkauft, weil der Zustand halt top ist. Das meinte ich gerade eben bei der Erklärung. Hier nur das Game für 41 und hier unten haben wir es nochmal für 100 mit Preisverschlag. Also ihr seht, das schwankt wirklich enorm. Und auch die Zielgruppe für so teure Games ist meiner Meinung nach relativ klein, weil Sammler wollen definitiv einen Top-Zustand haben. Und wenn du jemanden findest, der es vielleicht in der Jugend gespielt hat und willst unbedingt spielen, dann könntest du den auch in der Zielgruppe treffen. Aber es gibt sicher keinen, der halt sagt, hey, ich kaufe sie mal zu testen für irgendwie 100 oder zwischen 70 und 100 Euro. Das wird nicht passieren. Deswegen einfach hier auch bedenken, dass die Zielgruppe hier deutlich kleiner ist wie bei einem GTA San Andreas zum Beispiel. Nur als Beispiel. Dann haben wir hier in der Hand ein Game, wo ich mir dachte, Digga, ja, das ist richtig viel wert. Haben wir auch einmal auf der Palette gehabt und da hat sich fast vom Stuhl gekaut, wie ich es gescannt habe. Leider ohne Anleitung hatten wir drauf. Aber hier haben wir Sales zwischen 300 Euro, seht ihr hier oben, und 250 per Auktion sogar. Natürlich hier vollständig in Top-Zustand. Wenn wir jetzt schauen, okay, wird es gerade angeboten, zu welchem Preis, sehen wir gleich, okay, es wird angeboten hier für die PS1. Die CD alleine 99, hier 329, 230, 100. Da ist auch wieder der Zustand so enorm entscheidend. Und deswegen muss ich es auch immer wieder erwähnen, dass das halt enorm wichtig ist, dass der Zustand passt. Ihr seht diese enormen Schwankungen. Dann haben wir ein anderes Spiel, der Raiden Project für die PS1. Wurde hier auktioniert für 47,50. Und warum haue ich das rein? Nein, weil ich mal auf einem random Flohmarkt das Ding einfach gefunden habe, für ein paar Euro mitnehmen konnte. Und das ist so ein Game, dass es nicht arg teuer ist, aber wenn du es für einen Fünfer oder einen Zehner findest, dann nimm es dir unbedingt mit. Und deswegen machen wir natürlich auch diese Videos, weil ihr habt es vielleicht dann im Kopf und sagt, hey Digga, das habe ich mal bei René gesehen oder bei irgendeinem anderen, um das geht es ja gar nicht. Sondern vielmehr, dass ihr sagt, hey, das könnte so ein bisschen was wert sein. Und dann vielleicht einfach mal kurz weggeht, mal schaut, oder ihr habt es gleich noch im Kopf, was ich dazu gesagt habe. Hier ist es halt auch wieder so, wir haben hier verschiedenste Preise. Und wenn ich euch da so einen Tipp mitgeben darf beim Thema Verkaufen. Wenn ich jetzt sehe, okay, es sind vier Angebote da. Oder es sind 20 Angebote. Wir sagen, es sind 20 Angebote bei eBay. Nur so ein besseres Beispiel. 20 Angebote sind da und es wurden in den letzten 60 bis 90 Tagen drei verkauft. Dann ist eigentlich ein Überangebot zum Verkauf da. Und dann wird es natürlich länger dauern, außer du dumpst den Preis, wo ich überhaupt nicht der Freund bin. Sondern man sollte sich halt schon an diese Preise anpassen, weil es bringt ja gar nichts, alles runterzudrücken. Da hat keiner die Freude damit. Sondern einfach wirklich den ganz fairen Marktpreis zu nehmen. So ist es halt einfach, der Markt bestimmt auch den Preis. Aber was ich euch sagen wollte, wenn Überangebot da ist zum Verkauf, dann müsst ihr da ein bisschen überlegen. Da gab es Mario Party zum Beispiel, da habe ich ein Video dazu gemacht. Da waren halt 40 Artikel eingestellt im Top-Zustand und in den letzten 90 Tagen wurden halt so 36 verkauft. Auch in diesem Top-Zustand. Nicht natürlich die, die eingestellt sind, sondern andere. Aber da könnt ihr euch denken, hey, ich könnte mein Mario Party, wenn ich mich vielleicht an die untere Preisrange stelle, relativ zügig verkaufen. Und wenn ich mich mitten rein stelle, dann dauert es halt mal 60 Tage. Aber trotzdem muss man aber dazu sagen, dass es halt nicht auf den Schnipper geht. Wie sich viele denken, dass ich hier was einstelle und morgen muss es verkauft sein. So wird es nicht sein. Ganz, ganz wichtig. Dann haben wir Hörgs Adventure. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kannte ich auch nicht das Spiel. Hier allein die CD für 99, 179 und hier für 129 drinnen. Ist hier gewerblich, gewerblich und privat. Der Privat will 179 dafür, auch nicht schlecht. Und wenn man jetzt hier auf die Verkauften geht, sieht man auch bei diesem Game wieder diese Schwankungen. Hier fehlt das Frontcover. Hier ist es vollständig. Der hat einen Preisverschlag akzeptiert, hat es für 155 drin gehabt. Da würde ich sagen, okay, ich kriege auf jeden Fall ein bisschen mehr wie der hier, wenn ich es schnell verkaufen will. Also 100 Euro plus ist das Spiel definitiv wert. Aber auch hier wieder zwei Sales. Die Anleitung für den 30er weggegangen. Auch hier wieder ein Minitipp. Freunde, werft diese Anleitung nicht weg. Ich kenne Leute, die sagen, die Anleitung kann ich nicht gebrauchen und verramschen die dann an irgendjemandem. Ihr seht, was so eine PS1-Anleitung hier wert sein kann. Und das geht noch viel weiter nach oben, je nachdem, welches Spiel ihr am Start habt. Genau. So. Wir schauen uns nochmal hier kurz an, was hier angeboten wird. Ist sehr, sehr oft angeboten. Also das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Angebote. Zwei Sales haben wir hier gesehen. Ist auch wieder so ein Ding, relativ schnell wirst du es nicht verkauft bekommen. Das ist halt auch wieder, außer du gehst jetzt hier für eine OVP-Top-Zustand, gehst halt hier für einen 100er rein. Dann wirst du es relativ zügig wahrscheinlich verkauft bekommen. Musst trotzdem denjenigen finden, der bereit ist, 100 Euro für dieses Spiel auszugeben. Dann haben wir ein Spiel, das ihr kennt von meiner Palette. Auch wieder von der ersten Palette. Vielen Dank für den Support bei dem Video über 100.000 Klicks. Clock Tower PS1 haben wir dort gefunden. Leider haben wir es dort gefunden ohne, ich glaube ohne ein Frontcover. Konnten trotzdem 100 Euro erzielen, wenn ihr das OVP vollständig habt. Complete Inbox 200 Euro für Clock Tower für die PS1. Also die Augen offen halten am Flohmarkt, Freunde. Dann haben wir noch Goldstorm und hier ist das, was ich euch vorhin sagen wollte. Hier dieses Goldstorm wird hier 79, 99, 25, 49, 130 hier angeboten. Im gebrauchten Zustand. Wo man sich denkt, geil, wenn ich da irgendwie vielleicht 40 Euro hinlege, könnte ich da sogar noch Gewinn machen. Hier nur die CD für 49, was natürlich theoretisch auch der Fall wäre, wenn du es hier zwischen, bei 79 machst du das nicht recht groß Gewinn, aber bei 99 würdest du schon Gewinn machen, wenn du es für 40 kaufst. Wenn man aber jetzt hier bei dem Verkaufsartikel schaut, findet man halt kein einziges in diesen letzten Tagen. Wenn ich hier weiter runter scroll, Goldstorm, ja das ist, nee, 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 nö. Und hier sind wir schon beim 8. Juni, das ist vor über einem Monat gewesen, eher fast zwei Monate her. Das muss dir halt bewusst sein. Du kannst hier ein cooles, seltenes Spiel erwischen, aber du musst im Klaren sein, dass du es wahrscheinlich jetzt hier ein paar Monate nicht verkaufen kannst. Außer du kaufst es für die Sammlung, dann go for it, auf jeden Fall, wie gesagt. Und das letzte Game geht immer, Dino Crisis, hier auch nur das Game für 25 schon verkauft, also nur die Disc und hier einmal in OVP, Complete in Box für 70 Euro. Dieses Game haben wir schon oft gefunden, oft verkauft, wirklich, das ist, das verkauft sich sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Jo, Freunde, zusammengefasst, wir haben hier Strider 2 in der Hand. Raiden Project, Herx Adventure, Clock Tower, Goldstorm und Dino Crisis. Wenn euch dieses Vermarkt gefällt, Freunde, schreibt mir das Ganze bitte, wenn euch die Qualität gefällt, würdet ihr euch auch freuen, weil ich hoffe, man merkt einen Unterschied vom Sound auch her. Wichtig ist, nochmal dazu zu sagen, nicht jeder Preis, der angeboten wird, den werdet ihr erzielen. Und ihr braucht wirklich nicht denken, dass man das auch schnell erzielen kann. Manchmal dauert es wirklich auch lange, auch bei uns, um ein Spiel zu verkaufen. Natürlich kann es auch mal schnell gehen, wenn du den Preis runternimmst und du findest direkt, den kann auch in einem Tag verkauft sein. Besonders bei den Pokémon Games, die gehen weg wie die war am Sammeln, die Module, wenn du ein bisschen unter Angebotspreis bist, 3 Euro drunter verkaufst du das Ding. Das ist vollkommen klar. Aber bei solchen eher seltenen Spielen, die nicht jetzt Mainstream waren und nicht jeder gezockt hat, ist es halt einfach so, dass man unbedingt bei der Kalkulation schauen muss, okay, zu welchem Preis wurden die mal verkauft, wie oft wurden sie in welchem Zeitraum verkauft, zu welchem Preis werden die eingeboten, welchen Zustand habe ich. Das sind so kleine Tipps, die ich euch in diesem Video noch zusätzlich mitgeben wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, gerne Daumen noch um, Abo, Kommentar und Feedback zu Quali habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber wurscht. Man kann es nicht oft genug sagen. Spaß beiseite. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund, bleibt wie ihr seid, ich liebe euch. Euer René. Tschüssi.